Hallo und willkommen zu meinem Video. Mein Name ist Nick und das heutige Thema lautet das Volumen des Prismas. Bevor ich euch verrate, was ein Prisma eigentlich ist, besprechen wir nochmal, was ein Quader nochmal war und vor allen Dingen, wie wir uns das Volumen eines Quaders berechnet haben. Nochmal zur Erinnerung, wir haben ein Rechteck gezeichnet und haben dann daraus einen Quader konstruiert, indem wir dann die Grundfläche nach oben gezogen haben. Um dann zu bestimmen, was das Volumen des Quaders ist, haben wir kleine Einheitswürfel, also solche kleinen Würfel in diese Schachtel hineingepackt und zwar genau so viele, bis diese Schachtel bis nach oben voll ist und haben uns dann überlegt, wie viele Einheitswürfel passen hier eigentlich hinein. Wer davon keine Ahnung mehr hat, schaut sich am besten nochmal das Video dazu an. Das heißt, das Volumen des Quaders. Wir haben also gerade ein Rechteck, das wir in der Ebene, also wie auf einem Papier liegen haben, nach oben gezogen und dadurch einen Quader gewonnen. Was mache ich aber, wenn ich kein Rechteck, sondern etwas anderes, zum Beispiel ein Dreieck da liegen habe? Das muss man doch irgendwie auch nach oben ziehen können. Na klar kann man das und zwar sieht das Ganze dann so aus. Tada! Vor euch steht euer erstes Prisma. Das ist ein Prisma mit einem Dreieck als Grundfläche. Dieses Dreieck hier ist sogar ein besonderes, ist nämlich ein gleichseitiges Dreieck. Also können wir auch sagen, das ist ein Prisma mit einem gleichseitigen Dreieck als Grundfläche. Und natürlich hat dieses Prisma ein Volumen und das schauen wir uns jetzt genauer an, wie man das berechnet. Ich kann schon mal verraten, dass ein Quader ebenfalls ein Prisma ist. Und deswegen analysieren wir mal ganz genau die Formel des Quaders, mit der wir das Volumen berechnet haben. Und zwar habe ich euch hier einen Quader vorbereitet und habe euch Länge, Breite und Höhe gegeben. Wir haben schon im vorhergehenden Video gesehen, das Volumen des Quaders bekommen wir, indem wir alle drei Kantenlängen, also A mal B mal H miteinander multiplizieren. Und bekommen dadurch in diesem Fall 6 mal 3 mal 2 ist gleich 36. Also können wir sagen, das Volumen des Quaders beträgt 36 Kubikzentimeter. Easy, haben wir alle schon gesehen. Das war ja nur Wiederholung. Jetzt aber mal ganz genau. Das Volumen des Quaders kann man mit dieser Formel, die wir hier oben bereits hingeschrieben haben, berechnen. Aber was heißt denn eigentlich A mal B? Wir wiederholen nochmal. A mal B ist ja eigentlich der Flächeninhalt von diesem Rechteck hier unten. Das ist ein Rechteck und wenn ich A mal B multipliziere, bekomme ich den Flächeninhalt von dieser blauen Fläche. Naja, und wenn ich das jetzt nochmal H rechne, dann bekomme ich das Volumen. Das heißt, man kann eigentlich auch sagen, wir haben die Grundfläche, in diesem Fall war es ein Rechteck, wir haben die Fläche vom Rechteck berechnet und dann die mit der Höhe multipliziert. Also Grundfläche mal Höhe oder noch knackiger formuliert, V ist gleich G mal H. Volumen ist gleich Grundfläche mal Höhe. Und ich verrate euch jetzt, dass ich diese Formel für jedes Prisma anwenden kann. Das heißt, in jedem Prisma gilt, V ist gleich Grundfläche mal Höhe. Das heißt, sobald ich weiß, ja, das ist ein Prisma, dann kann ich mit dieser Formel das Volumen berechnen. Und das sehen wir uns dann in den folgenden Videos mit etlichen Beispielen genauer an. Bis gleich!